Für Verzauberungen auf einem Item wird klassisch der Enchantment Table genutzt. 4 Obsidian, 2 Diamanten und ein Buch werden für das Crafting benötigt. Mit Shift und Linksklick wird ein Item dort hineingelegt, zudem wird als sekundärer Rohstoff Lapislazuli benötigt. Man kann sich zwischen drei verschiedenen Feldern entscheiden, bei denen immer das erste Enchantment angezeigt wird, es können dazu aber noch geheime Bonusverzauberungen hinzukommen. Mit der grünen Zahl wird zudem angezeigt, wie viele Level ein Spieler mindestens für die Auswahl benötigt. Die Level werden allerdings nicht wie früher komplett verbraucht, sondern für den ersten Slot wird immer nur ein Level und ein Lapis, für den zweiten zwei Level und zwei Lapis und für den dritten drei Level und drei Lapis abgezogen. Das Höchstlevel ohne weitere Maßnahmen beträgt acht, dies lässt sich aber auf bis zu 30 steigern, indem man Bücherregale in einem Block Abstand neben dem Table platziert. Einem Block höher können die Bücherregale auch stehen, aber alle anderen Positionen sind wirkungslos. Das Limit wird bei 15 Bücherregalen erreicht, dann besteht die Chance auf Enchantment Level 30. Wichtig ist übrigens auch der Rohstoff des Items. Eine Goldrüstung besitzt beispielsweise mit 25 eine höhere Enchantability als eine Diamantrüstung mit 10 Enchantability-Punkten, Gold-Items werden also bessere Enchantments vorgeschlagen. Bücherregale machen besonders Sinn, wenn man möglichst seltene Enchantments wie Infinity bekommen möchte. Die genauen Wahrscheinlichkeiten könnt ihr mit der Website aus der Videobeschreibung berechnen. Dort sehe ich zum Beispiel, dass man Infinity frühestens ab Level 17 und Stort auch erst zu 0,5% vorgeschlagen bekommt. Spielt man Minecraft im klassischen Survival-Mode, kann man bei hohen Enchantment-Develn zudem sehr von den Bonus-Enchantments profitieren, welche von den Fragezeichen verborgen werden. In Minecraft als Battles sind Enchantments wie Unbreaking, Bane of Arthur Pods, Smite oder Looting, die im Survival noch ganz praktisch sind, jedoch in der Regel absoluter Müll, deshalb wählt man dort eine andere Taktik. Auch weil das Farben für Leder und Zuckerrohr zu viel Zeit kostet, wird dort ohne zusätzliche Bücherregale Enchantet. Bei einer Rüstung bekommt man dann aber trotzdem fast immer Protection 1, bei einem Bogen Power 1 und bei einem Schwert Sharpness 1 heraus, womit man elementare Enchantments abgedeckt hat. Ist bei den drei Optionen kein brauchbares Enchantment dabei, sollten wir zuerst einmal alle anderen Items durchgehen, bevor wir unnötig XP mit Crap-Enchantments verschwinden. Statt eine sinnlose Unbreaking-Hose auszuwählen, schauen wir uns also nochmal an, was wir auf einem Helm bekommen, ist dort auch Mist, checken wir die Chestplate ab, dann die Schuhe, im Anschluss das Schwert, der Bogen kann doch eigentlich auch mal Enchantet werden und erst wenn wir auf all diesen Optionen nichts Gutes herausbekommen, kann man darüber nachdenken, seine Axt auf Efficient-Zielen zu Enchanten. Nach diesem Verlegenheitszug hat sich der Enchantment-Seed, der für jeden Spieler verschieden ist, weswegen wir auch einen Teampartner nochmals abchecken lassen können, wieder geändert und uns wird für jedes Item wieder etwas Neues vorgeschlagen. Wirkungslos ist dann die Überlegung, erst eine Goldrüstung in den Table zu legen, in der Hoffnung, dass dieselben Enchantments auch für ein Rüstungsteil mit einer schlechteren Enchantability vorgeschlagen werden, dieser Bug wurde vor einiger Zeit gefixt. Haben wir unser Equipment mit sinnvollen Stufe 1 Enchantments verzaubert, sind wir aber noch lange nicht fertig, denn natürlich wollen wir am Ende Stufe 4 bei Protection und die 5 bei Schärfe von Power erreichen. Benötigt das Item einen billigen Rohstoff, bei einer Eisenrüstung also Eisen oder bei einem Bogen Strings, die man nach einem Minenschacht auf enthaltenen Massen hat, wird nun ein zweiter Bogen oder eine zweite Rüstung gecraftet, wieder sinnvoll auf Stufe 1 Enchantet und jetzt müssen wir die beiden Items nur noch in einem Amboss kombinieren, denn auch Stufe 1 und Stufe 1 wird ein Stufe 2 Item. Kritisch wird es, wenn der Rohstoff wie bei einem Diamantschwert nicht unbedingt der billigste ist. Allerdings gibt es dort eine kostengünstigere Alternative und zwar Bücher. Sie kann man nämlich auch in den Enchantment Table legen und ebenfalls aus zwei Protection 1 Büchern ein Protection 2 Buch kombinieren. Solche enchanted Bücher kann man auch bei einem Librarian Villager handeln oder sie in versteckten Kisten finden. Das Frostwalker und Mending Enchantment lässt ihr übrigens nur auf diese Weise finden und wird selbst auf Level 30 nicht im Enchantment Table vorgeschlagen. Ein Enchantetes Buch müssen wir final nur noch mit dem entsprechenden Item im Amboss kombinieren und erhalten das fertig Enchantete Ergebnis. Kombinieren können wir natürlich auch zum Beispiel ein Sharpness 2 Schwert mit einem Sharpness 2 Buch, um ein Sharpness 3 Schwert zu erhalten. Beim Kombinieren zweier Items ist des Weiteren manchmal die Reihenfolge des Hereinlegens wichtig. Befindet sich nämlich wie im Beispiel das beschädigte Schwert auf dem ersten Slot, kostet die Vereinigung vier Level, vertauscht man beide Schwerter, kostet der Spaß gerade einmal die Hälfte. Kosten spart man auch, wenn sich kein unnötiges Unbreaking oder Knockback auf einem Schwert befindet, das lässt sich in manchen Fällen aber leider nicht vermeiden und ist auch nur noch halb so schlimm, wenn man seine Level mit Nether Quartz farmt. Zu beachten ist außerdem, dass man nur ein Protection Enchantment und auch nur ein Sharpness Enchantment auf einem Item besitzen kann. Beim Versuch, Projectile Protection und Normaler Protection zu kombinieren, wird deshalb nur eins der beiden Enchantments überleben, genauso wie bei der Kombination aus Smite und Sharpness. A Fortune und Silk Touch sowie Frostwalker und Deaths Rider können logischerweise ebenfalls nicht kombiniert werden. Mehr Infos zur Wirkung der einzelnen Enchantments erhaltet ihr in dem Video aus der Infocard. Vielen Dank fürs Zuschauen.